den vogel haben wir süße kleinen vogel das poster haben wir auch das idol das idol haben wir glaube ich nicht das würde dann irgendwo hier sein und stolen art ist das schöne bild hier das heisst das holen wir doch ganz kurz sollte hier sein kann man hier trainieren nee schade habe ich glaube ich schon mal versucht Regen es ist auch ein detail was ich ziemlich cool finde für dieses zeitalter also damals als das spiel rauskam wenn es irgend haben leute regenschirme oder sie halten sich wie der typ vorhin in der zeitung über den kopf das sind so kleine details die die spielwelt halt ausmachen kleine details machen es einfach zu einer grossen belebten city komm schon dann hat nicht WTF? Das Auto macht dich selbstständig. Da oben, den haben wir auch schon mal besucht. Die. Er mag veratmen und schreiten sie. Sicher. Für 12.000 Schnäppchen. Ein Schnäppchen für uns. 12.000. Puh. Ist ja gar nichts. Möchte ich mir den kurz auch nochmal anschauen. Wie gesagt, das ist eine Bonusrunde. Wer das ganze Zeug hier nicht interessiert, kann die Folge ruhig skippen oder einfach kann ich dir jetzt anschauen. Ich mach's bloß eigentlich, weil es mich interessiert, was wir hier überhaupt noch kaufen können. Wie die Wohnung aussieht und so weiter und so fort. So, das ist Service mit dem Auto vor die Haustür. Das hier ist also dieser Götze. Das ist ein goldiger Löwe doch einfach. Hätte ich jetzt gesagt. Mal kurz schlafen gehen, um es Tag werden zu lassen. Das ist jetzt Central, Kennedy Town, Aberdeen. Und dann gibt's noch North Point. In North Point gibt's was alles. Brand new bed. A nice bed. Es wird beim Markt. Ich glaube, das haben wir. Da lass ich mich jetzt mit dem Taxi hin chauffieren. Sonst braucht das wirklich zu lange. Na? Hey, ist das nicht der Typ in Sononi? Woher hörst du das? Hier, alles was er macht, ist, ist, dass er uns in den Restaurant macht, dass er uns in den Restaurant benutzt. Hier ist ein Fisch. Du hast Fisch. Ich habe alle die besten Fische, sehr froh. So, und ich dachte, die würden noch mehr erzählen. Auf jeden Fall kennst du uns. Hey, hallo, wie? Junge! Oh, wey. es ist so schwierig ein Taxi zu nehmen ich gehe jetzt hier rüber halte Y gedrückt und nö oh fuck you ja genau sie sind gestorben ach komm schon spielt mir zwar jetzt keine Rolle wegen dem Geld aber unnötiges dann halt so eigenständig wieder hauptsache hinter mir ist gerade im Kopf oh really ich glaube das war falsch das war das war das war The word in fashion. So, das wäre es. So ist das Weiss markiert. Martial Arts Schule. Finde ich irgendwie schön, dass wir fast alles zu 100% gemacht haben. Das ist wirklich eines von den ersten Spielen, die ich wirklich so weit getrieben habe. Dass ich wirklich fast bei allem 100% habe. Das mich irgendwie ein bisschen stolz macht. Das ist auch immer wieder schön, Spiele durchzuspielen. Aber auch wieder manchmal etwas traurig, wenn es dann einfach nichts mehr dazu gibt. Kurz schauen, das neue Bett. Das haben wir. Air Conditioning. Haben wir auch. Ein Pet Bird gibt es hier. Oder wir haben hier keinen Vogel als Haustier. Doch, dort. Dann haben wir auch. Soundsystem haben wir auch. Ja. Dann wäre es das. Wir haben wirklich alles, was es gibt. Ich könnte noch kurz googeln, ob das irgendwie möglich ist. Ob man das Triaden Level noch hochkriegt. Ich muss die Schrauben, um die Schrauben zu holen. Kann jemand für mich? Ja. Gut. Ich liebe einen. Okay. Man müsste die eine Mission nochmals spielen. Aber das möchte ich jetzt nicht. Das finde ich irgendwie doof. Und das fällt mir ein, was ich bin. Was, wenn du denn? Ein Besatzes. Mit der Schrauben? Ja, das ist ein, das ist ein. Der Schrauben. Du bist Invincible. Gut. Sorry musste sein. Nochmals zur Veranschaulichung. Abgeschlossene Events, 28, 28, 36, 36, 50, 50, 30, 30, 26, 26, 4 von 4, 12 von 12, 10 von 10, 21 von 21, Storyvorschritt 100%, 26 Stunden gespielt. Ja, die Triaden Upgrades halt eben, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Pickups, alles 100%, Besitzer, Kleidung, 100%, es gibt hier ne fucking List. Gut. Alles 100. Und übrigens, was ich noch gesehen hab, wenn man das Spiel los spielt, hat man hier ne Legende. Ne. Hat man hier auf der Karte ne Legende von allen Pickups. Man müsste nichts suchen. Muss man auch erst wissen. Oh Mann, ey. Gut, ich würd sagen, das war's mit dieser Special-Folge. Oder Bonus-Runde. Es gibt nichts mehr zu machen, die Triaden Upgrades. Ja, das lass ich jetzt mal halt einanschiffen. Weniger. Kurz zur Übersicht, ich glaub ich kann switchen. Sollte eigentlich funktionieren. Falsch. Ja, doch, das seht ihr. Ich hab hier... Ne, das ist nicht aktualisiert. Ich hab jetzt hier mittlerweile 45 von 59 Upgrades, also Errungenschaften, sorry. 76%. Ähm, Kampfmaschine, alle 10 Triaden Upgrades. Karaoke Bar, naja, brauche ich nicht. Und dann einfach die ganzen Auszeichnungen, Silber und Gold. Meistens, die 100% aller Missionen, Fälle, Gefälligkeiten, Events, Jobs und Rennen. Hä? Meistens, die 100% aller Missionen, Fälle, Gefälligkeiten, Events, Jobs und Rennen. Haben wir doch. Okay, das verwirrt mich gerade. Und ab hier sind, glaub ich, die ganzen DLCs mit dabei. Genau. Kurz warten. So. Das ist irgendwie... Achso. Achso, das heisst, dann fehlt doch noch was. Haben wir noch einen Kontakt? Oder gehört das vielleicht auch dazu, das Zodiac-Turnier? Egal. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Somit vielen Dank fürs Zuschauen nochmals. Haut rein und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.